Hallo und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde in mein Qua-Fidi-Beast Infinity mit mir am Windschiller. Hallo! Ich habe hier mal ein paar Schäfchen gefangen und ich muss gestehen, ich habe ein bisschen Backusen betrieben. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich hier diese scharfe schere, dass da ziemlich viel Wolle kommt und habe dann festgestellt, wenn ich einfach nur rechtsklick mache, dann kommt da unendlich Wolle raus. Ich weiß nicht woran das liegt. Ich habe da einfach mal so ein bisschen Wolle rausgeholt. Wir brauchen das für Applied Energistic. Ich habe das alles schon mit der Version 1.5 getestet, da ist der Bug weg. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt durch irgendeinen von den Mods kommt, die jetzt noch zusätzlich drauf sind. Ja, ist auf jeden Fall der nächsten Version weg. Ich habe auch mal ein bisschen rum probiert und ich nutze hier noch die Version 1.3.1. Ich habe auch schon auf 1.5.1 geupdatet in meiner Test auf meinem Test-Server. Und ja, ich werde da definitiv einige Mods rausnehmen. Ich glaube, ich habe hier so 40 Mods mehr drin. Ich werde das auf fünf Runde reduzieren maximal und zwar Applied Energistic, Applied Energistic Tools, vielleicht noch Cycle und Random Things und dann, glaube ich, hört es auch schon auf. Es sind vier Mods. Also ich werde auf jeden Fall viel, viel weniger Mods reintun, als hier noch zusätzlich drin sind. Einfach, weil das Ding teilweise extremst laggt und es auch beim Updaten einfach keinen Spaß macht, weil wenn man zu viele Mods drin hat, dann kommt ständig, das ist inkompatibel, das ist inkompatibel. Ja, deswegen habe ich auch nicht upgedatet. Auch sowas hier, das aktuelle Editions wird dann auch rauskommen. Was drin bleiben wird, ist ein Environmental Tag. Genau, das war der fünfte Mod. Mod, weil wenn ich den nicht drin lasse, sind alle Wände weg, weil hier quasi alles, alle Wände Alabaster sind und den Mod gibt es ja natürlich standardmäßig nicht drin. Deswegen, den werde ich drin lassen. Wie gesagt, das sind die fünf Mods, die ich drin lassen werde und alles andere wird dann Standard sein. Das heißt, für euch auch einfacher, weil das, was ich dann spiele, könnt ihr nämlich dann auch wirklich mitmachen. Wie gesagt, bis auf die fünf Mods dann, aber ich glaube, das ist übersichtlich. Gut, was habe ich noch gemacht? Ich habe hier das Applied and Schistick aufgebaut. Ich habe alles, was im Refined Storage war, rausgepumpt und hier reingetan. Und hier habe ich eine Kiste, wo alles drin ist, was mit Refined Storage zu tun hatte. Und ja, ich hatte im Grunde eigentlich nichts anderes gemacht, außer, Moment, ich kann das mal schnell zeigen. Ich hatte den Dinger hier, dann einen Storage Drive daneben, mit den Festplatten drin, habe einen Exporter gemacht, in eine Kiste rein und von der Kiste den Importer hier hin und habe quasi gerade die Sachen, wo viel drin waren, auf den Weg rüber teleportiert, genau, transportiert. Und da, wo es nur ein paar Sachen waren, so fünf Sachen, 20 Sachen, das habe ich schnell von Hand gemacht. Hat trotzdem eine Weile gedauert. Ihr seht, das ist es alles, was wir für Refined Storage gebaut hatten. Ich bin noch am überlegen, ob ich den Mod dann einfach rausnehme, weil wirklich brauchen, tut man dann nicht mehr. Und was nicht geladen werden muss, ja, schont den Server. Entsprechend sind hier unsere ganzen Quarfter weg. Und auch hier, sprich, wir werden uns jetzt ein bisschen ans Auto Quarfting setzen, mit Applied Energistic. Dafür lasse ich hier hinten gerade lustig Prozessoren quaften. Die nehmen wir jetzt auch mal alle mit. Schmeißen hier einmal rein. Und, ach ja, genau, was ich noch gemacht habe. Ich habe alle Kabel ausgetauscht. Ihr seht, hier das normale Glass Cable mit acht Kanälen und das Dance Cable, das mit den 32 Kanälen, habe ich hier einmal rübergeführt und habe quasi alles wieder miteinander verbunden. Ihr seht, hier fängt halt dieses Channel Management an. Insgesamt kann das Ding hier 32 Kanäle, man sieht es auch oben da, wo Pickaxe steht, aktuell 13 von 32 benutzt. Das heißt, ich gehe mit 32 Kanälen rüber, zwack hier acht Kanäle ab, gehe wieder weiter und zwack die nächsten Kanäle ab. Ein Problem habe ich jetzt noch mit diesen tollen Quantum Storage. Und zwar ist da wohl eine API nicht bei Applied Energistic implementiert, sodass die Dinge nicht ausgelesen werden oder nur zum Teil. Sprich, wenn ich jetzt hier eine Ender Perle eingebe, sehe ich nur 64 Stück. Das sind nämlich die 64, die hier vorgehalten werden und die anderen 11.500 werden gar nicht angezeigt. Da ich ja eh einige Mods entferne, werden auch diese Dinge hier fehlen. Diese, diese, was ist das? Solified Experience wird nachher fehlen und dieses Quartz wird fehlen. Und die restlichen Quantum Storage Units werde ich in ganz normale Storage Store umwandeln. Man sollte natürlich auch nur schreiben können at Storage Store. Und zwar in die großen, da passen immer 32 Stacks rein. Dann werde ich noch zwei, drei Emerald Upgrades machen und ein Void Upgrade. Sprich, äh, nein. Hier haben wir jetzt ein Emerald Upgrade. Davon werde ich dann in jedes Ding zwei, drei Reihe machen. Und ein Void Upgrade. Das heißt, wenn 16 mal 13 mal 13 mal 13 Stacks drin sind, wird einfach alles, was mehr kommt, gelöscht. Das heißt, ich glaube, wenn man mal so viele Stacks hat, also ich hab's jetzt nicht ausgerechnet, aber es gibt irgendwann eine Menge ab, dann braucht man nichts mehr. Dann kann man Steine und so Zeugs einfach voiden. Und wir haben ja eine Quarry, die da hinten läuft und uns Zeugs jederzeit herbringt. Also von daher, alles kein Problem. Okay. Also wir brauchen jetzt nicht unbedingt 513 Millionen Steine, also. Äh, macht keinen Sinn, glaube ich. Deswegen wollten wir ein bisschen. Und dann passt das auch. Ähm, genau. Autocrafting ist etwas anders als beim guten Refined Storage. Ist ein bisschen umfangreicher, aber natürlich daher auch wieder lustiger. Ähm, ich hab auch noch paar Kommentare bekommen, zum Beispiel, dass wir die Kanäle ausschalten können bei Uplight Energistic. Ja, das ist richtig. Kann man machen. Ähm, mir persönlich gefällt's aber die Herausforderung mit diesen 32 Kanälen, beziehungsweise mit dem Peer-to-Peer zu basteln. Aber ihr habt natürlich die Möglichkeit, Channels auszuschalten und dann habt ihr wie bei Refined Storage euch recht ein Kabel und könnt dann alle Maschinen anschließen. Ich hab allerdings die Befürchtung, dass das dann irgendwann auch lecken könnte, wenn alles an einem Kabel hängt. Aber wie gesagt, das ist natürlich jedem selber überlassen. Und die gute Kratzwurst hat mir noch gesagt, ich hab letztes Mal irgendwie Stuss erzählt. Und zwar, die Smart Cable haben nicht 16 Channels, sondern 8 Channels. Das ist natürlich richtig. Ähm, der einzige Vorteil ist, dass er mir anzeigt, wie viele Channels belegt sind. Da, ja, wenn man schon lange nicht mehr gespielt hat mit Uplight Energistic, kommt man da manchmal ein bisschen durcheinander. Gut, aber, ich würd sagen, genug geschnackt, lasst uns mal mit Autocrafting anfangen. Ähm, Uplight Energistic, das ist, wie gesagt, alles ein bisschen anders. Wir brauchen als Basis erstmal die Interfaces. Oh, die sind, die sind, die sind, die sind. Ich bin natürlich mal wieder herrlich blind. Wo sind denn die Interfaces? Ach, hier, genau. Diese hier brauchen wir erstmal. Dann nehmen wir einfach mal ein paar Stück mit. Einfach nur mal zum zeigen. Die bauen wir auch wieder hier hin, wo es vorher war. Äh. Na? Wie? Ich kann es nicht abbauen? Hm, seltsam. Okay. Ähm, hier kommen nachher die Pattern rein. Die werden wir gleich machen, aber bei Refined Storage ist ja so, wir stellen ein Crafter hin, tun die Pattern rein und dann kann das Ding laufen. Soweit, so gut. Ist hier komplett anders natürlich. Wir brauchen zum einen, ähm, erstmal einen Molecular Assembler. Das ist der nämlich, der für uns Crafted. Oh, da brauchen wir ein bisschen von diesen Dingern hier. Und diese Dinge hier machen wir auch gleich noch ein paar. Prozessoren habe ich hier extra herstellen lassen und ein paar Crafting Benches brauchen wir auch noch. So. Zack. Und zack. Und die stellen wir jetzt einfach da vor. Beziehungsweise wir können die auch da drüber stellen. Na? Ich habe da mal auch eine optimierte Version gebaut im alten VTBs Infinity, wo man das Ding maximal benutzen kann. Aber ich denke, für uns am Anfang reicht das erstmal so. Wir könnten dann oben auch noch Interfaces machen. Das heißt, dann können die Interface von oben und unten jeweils einen Molecular Assembler nutzen. Oder um es ein bisschen zu optimieren, könnten wir jetzt auch noch Molecular Assembler davor hinstellen. Was eigentlich eine beschissene Idee ist, weil wir nämlich dann die Rezepte nicht mehr... Wieso kann ich damit nichts abbauen? Hm. Okay. Das heißt, dann sollten wir noch mal irgendwie eine Ranch oder sowas bauen. Den kriegen wir auf jeden Fall hin. Äh. Ich das damit abbauen? Ja. Geht alles weg. Verdammt. Okay. Pass auf. Wir holen uns kurze Pickaxe. Oder hat Applied Nantistic nicht auch eine eigene Ranch? Also ich kann glaube sogar die Jetta Ranch nehmen. Habe ich die nicht sogar hier drin? Hopp, zack! Lass uns mal schauen. Ich glaube, damit kriegen wir das auch weg. Nö. Ich kann sie drehen. Super. Bringt uns nur nix. Äh. Ja, wieder super vorbereitet heute. Äh, Pickaxe. Na gut, komm. Wir haben ja noch genug da. Daran sollst du jetzt nicht scheitern. Wir nehmen einfach irgendwas Gebrauchtes. Ja, damit kriege ich's weg. Perfekt. Kaputt gehen tut's auch nicht. Wunderbar. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir als nächstes das Pattern Terminal. Kennen wir jetzt auch schon von, ähm, nicht Botania, von Refined Storage. Das brauchen wir hier auch. Ein Pattern Terminal. Das ist ein Crafting Terminal mit einem Ingenierienprozess. Ohr. Und die Terminals haben wir das letzte Mal ja drei Stück, glaube ich, hergestellt. Das heißt, uns fehlt mal wieder eine Crafting Bench. Sicher. Habe ich jetzt alle verbraucht? Äh, sieht so aus. Okay, pass auf. Holz. Äh. Das da hier. Davon dann vier. Zack, zack. Und einmal so. Das da rein. Und dann brauchen wir ein Pattern Terminal. Zack, zack. Und fertig. Dieses Ding. Stellen. Ach, ich hab wahrscheinlich auf Off geschaltet vorher. Ja, ich hatte auf Off geschaltet. Okay, vergiss das. Man kann damit natürlich auch das Zeug selber nachbauen. Äh. Das war einfach nur pure Unfähigkeit. Okay. Hehehe. Kabel. Brauchen wir auch eins. Zack. Und diese Cable Anchor. Damit verhindern wir, dass die Kabel sich kreuz und quer verbinden. Sprich, wenn ich das hier weglasse. Und ein Kabel zieh, verbindet es sich auch nach unten. Das muss nicht sein. Deswegen setzen wir hier ein Kabel Anchor. Setzen das Kabel drüber und es connectet sich nicht mehr nach unten. Darauf setzen wir jetzt das Pattern Terminal. Schwupp. Und da das scheiß unschön aussieht, mit dem Loch drum rum, machen wir hier einmal eine Kabelfassade hin. Ähm. Kabelfassaden gehen relativ einfach. Ihr braucht nur diese Anchor. Setzt die einmal im Kreis. Nehmt einmal das, was ihr braucht. Zum Beispiel Alabaster. Kriegt ihr vier Kabelfassaden raus. Nehmt ihr. Rechtsklick. Wunderbar. Sieht schön aus. Und ihr könnt es auf alle Seiten machen. Das heißt, ihr könntet die Kabel richtig schön verstecken. Gut. Wir brauchen hier natürlich, wie beim anderen auch, Patterns. Diese Blank Pattern, das ist Glowstone, ein bisschen Sertusquartz, Eisen und so weiter. Da machen wir jetzt einfach mal so viel wie wir können. Was fehlt uns? Quarzglas. Äh. Zack. Zack. Na. Da nochmal 64. Das sollte erstmal genügen. Äh. Ich wollte die nicht ins System. Ich wollte die hier rein tun. So. Pattern. Der Unterschied zu Refined Storage. Wir hatten ja hier zwei Pattern. Wir hatten ja einmal ein Processing Pattern Encoder. Und ein. Wo ist es denn? Pattern Quit. Das ist hier alles in einem. Wir können hier zwischen Crafting und Processing umstellen. Das heißt, uns reicht ein Pattern Terminal. Als nächstes brauchen wir noch ein Interface Terminal. Oder? Heißt es Interface Terminal? Ich meine Interface. Diesen Kollegen hier. Das ist ein Terminal. Wieder. Prozessor. Und ein ME-Interface. Oh. Dazu brauchen wir noch ein Interface. Das kriegen wir auch noch hin. Interface Terminal. Und da brauchen wir jetzt einmal dieses Ding. Ja. Schon wieder Fused Quarz, was uns fehlt. Okay. Äh. Fused. Hä? Moment. Äh. Ach. Quarz. Glas. Äh. Quarz. Glas. Wo ist es denn hier? Machen wir mal schnell ein Stack. Dann nochmal ein Terminal. Ein ganz normales. Zack. Zack. Davon drei Stück. Wunderbar. Jetzt schauen wir mal. Interface Terminal. Äh. Zack. Und zack. Dann hätten wir das. Dann hätten wir das. Machen wir hier einmal auf. Und machen hier das gleiche. Wir nehmen wieder einen Kabelanker. Dass es nicht hier hinten mit dem dicken Kabel verbindet. Hier soll es auch nicht verbinden. Setzen einmal das hier rüber. Setzen das Interface Terminal drauf. Und machen wieder den Deckel drauf. Schwupp. Dann sieht das alles auch schon mal wieder ein bisschen schöner aus. Gut. Mit diesem Interface Terminal. Sehen wir alle angeschlossene ME Interfaces. Also sprich. Da sehen wir alle diese Kollegen hier. Sofern wir diese natürlich auch mit Kabel anschließen. Das werden wir jetzt tun. Beziehungsweise werden wir jetzt erstmal schnell was essen. Und. Ich sehe die Folge ist eigentlich schon wieder rum. Äh. Lasst uns mal schnell gucken. Wie wir in der nächsten Folge rüberfahren. Ah. Ich habe hier noch den ME Controller ein bisschen. Noch ein bisschen erweitert. Ähm. Dass wir ein bisschen besser rankommen. Ich würde sagen wir fahren einfach. Hier oben entlang. Ähm. Wir müssen ja hier rüber. Und dann dort hinten hoch. Und einmal hier dran. Ähm. Wie machen wir das dann? Wir legen das Kabel hier in den Boden rein. Hm. Weil wir brauchen eh wesentlich mehr davon später. Wir können mal gucken, ob wir die da oben rankriegen. Ich bezweifle es ja. Okay. Aber ich würde sagen. Da schauen wir in der nächsten Folge danach. Welche Folge gefallen hat. Lass gerne ein Däumchen nach oben da. Oder nutze die Kommentarfunktion. Und dann würde ich sagen. sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin erstmal. Tschüss. Ciao. Ciao. Bye. Tschö!